Wechselnde Batterien von Duplo. So sieht es normalerweise aus und so ist es, wenn sich nichts mehr tut. Die richtigen Batterien, nimmt man am besten die von Chamäleon, die kosten auch nur 98 Cent inklusive Verpackung, unglaublich preiswert. Ein Schraubenzieher, einen richtigen Imbus, wie auch immer, das nennt sich nochmal, und so einen kleinen Uhren-Schraubenzieher, um die Batterien rauszuholen. Keine Angst, es geht, auch wenn es am Anfang etwas fest ist, die Schrauben rauszudrehen. Da braucht man keine Befürchtung haben, das ist deswegen so schwierig, in Anführungsstrichen, damit die Kinder das nicht aufmachen können. So sieht das innen aus. Und hier sind dann die drei Batterien drin. Ich hatte es schon mal auf, zwei sind draußen, drei müssen insgesamt rein. Und hier, das ist jetzt ein bisschen fisselig, deswegen mit dem kleinen Schraubenzieher kurz runterfahren, hat man die Batterie draußen. Und jetzt kann man insgesamt drei neue Batterien reinmachen. Das ist übrigens Premiere bei mir. Eins schon mal unten rein. Da muss man jetzt wahrscheinlich auch wieder fisseln. Ein bisschen, bis die richtig drin sind. Vielleicht mache ich auch zuerst hier rein. Einmal sitzt. Jetzt müsste sie eigentlich hier richtig rein. Und die zweite auch noch. So, und jetzt habe ich dann drei. Aha, tut sich schon wieder was. Es funktioniert also. Also, die Birnchen an der Seite. Einmal. Die Schraube auch wieder rein. Einmal. Und das geht jetzt richtig. Das ist jetzt richtig, ja. Aber das muss noch weiter zugeschraubt werden. Das ist nämlich noch nicht ganz zu. Hier ist es jetzt auch ganz zu. Und funktioniert wieder. Das ist das neuere Modell. Da übrigens eine kleine Randnotiz. Ich hatte Lego angeschrieben. Und habe gesagt, also ich habe die Teile auch nicht neu gekauft. Das sieht man, das sind die alten Modelle. Ich habe die gebraucht. In einem Set gekauft. Und da waren halt die Batterien alle. So. Dann habe ich über den Lego Customer Service angefragt. Ob man denn überhaupt grundsätzlich Batterien tauschen kann. Das kann auch passieren. Macht aber nichts. Kann man ja wieder reinstecken. Ob man die Batterien tauschen kann. Und da haben die gesagt, eigentlich sind diese Sirenenteile so ausgelegt, dass sie ein ganzes Leben lang halten. Und es tut ihnen leid. Und als Wiedergutmachung schicken sie mir ein nagelneues. Und das ist das, was sie mir zugeschickt haben im Vergleich zu dem alten. Das Orangene hier übrigens ist ein... Das ist nur das Flashlight. Bei dem Orangenen. Da gibt es kein Tattoo-Tata. Ja. Ich sehe schon, das funktioniert wieder. Jetzt muss dann nur noch das hier rein. Mal schön in die Lämmchen mit rein. Und am besten, wie Sie das schon mitbekommen, macht man das in Ruhe alleine. Ohne hilfsbereite kleine Geister im Alter von drei bis sechs Jahren. Ne? Weil es dann doch ein bisschen fisselig Arbeit ist. So. Wie kriege ich das jetzt wieder zusammen? Ein bisschen ausprobieren. Ausprobieren. Hier und da. Der falsche wieder. Wie kommt man jetzt an den passenden Schraubenzieher hier ran? Also, wenn Sie den nicht haben, probieren Sie es nicht mit einem Kreuzschlitz oder sowas, nach dem Motto, das geht ja auch. Damit machen Sie im Zweifel die Schrauben kaputt, sondern gehen Sie in den Baumarkt, nehmen am besten gleich ein solches Teil mit und sagen, dafür brauche ich einen Schraubenzieher. Und dann funktioniert das auch. Der Schraubenzieher ist so das teuerste an der Sache, der kostet circa fünf oder sechs Euro, also da nicht erschrocken sein. Ne? Das war's. Und dann funktioniert die auch alle wieder. Also, was du hier was, ich meine Mutter. aga. Vielen Dank.